ja Hallo und herzlich willkommen zurück Julio ich habe noch was im Mund zu um weiter von einem neuen Verloren um die Erinnerung dann wir mal im Wald Und schauen, ob wir dann den Vollstrecker vollstrecktieren können. Wir müssen den ja einschüchtern. Den Vollstrecker einschüchtern. Das können wir. Fällt auch nicht auf, dass hier im Wald dann so ein Militärhubschrauber landet, ne? Gut. So, einschüchtern. Zoom. Ein Scharfschützer. Ich sehe ein zweites Ziel. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Wenn der mich sieht, hat er einen Cheater der. Das macht fünf. Die Karre ist alarmgesichert. Aua. Da hinten ist noch einer. Ich sehe einen Hauptmann. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Hallo Scharfschützer. Was macht man, wenn man einen Scharfschützen töten will? Einen anderen Scharfschützen auf ihn ansetzen. Ist halt wirklich so. Wenn du einen Scharfschützen ausgeschaltet haben willst, setz einen anderen. Also setzt deinen Scharfschützen auf ihn an. So. So. Okay, das ist alles gut. Den können wir auch gleich erschießen dann. Der kommt gleich ums Haus. Guti'm got��. Guti'm. Aber. G contradorf. So. Hallo. Quittate quieto. Okay, nichts passiert. Soll das ein beschissener Witz sein? Kein Witz, Arschloch. Wenn ich dich nochmal hier sehe, werden Knochen gebrochen. Oder auch Körperteile entfernt. Und sag deinem Buchon, für seine übrigen Fahrer gilt das auch. Dios mio, werde ich. Werde ich. Schlechter Tag, ein Drecksicario zu sein. Guter Tag für die Rebellen. Die werden es lieben. Ja, der hat mich gesehen. Amigos, ihr leistet gute Arbeit. Aber meine Leute sagen nicht, wir warten. Wo kommt der denn jetzt her? Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist der? Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist, Pack. Selbst der kleine Cocalero weiß, wenn du einen Amerikaner tötest, schlagen wir zurück. Vielleicht, oder vielleicht lasst ihr jemanden überleben, der nicht überleben sollte. Wir sind kein Auftragskiller. Wir entscheiden selbst. Mach dir keinen Kopf um die Gerüchte. Normand Ende, ich sehe eine Waffenkiste. Dann holen wir uns mal das nächste. Das lief ja nicht so schlecht. Das war auch nicht so perfekt gut, aber das hätte ich glaube, der ist ja auch wie allen. Ich glaube, den halten wir mal kurz auf, den Convoy. Müssen wir zwar nicht, aber wir können. Der Convoy wird von einem ungepatzerten Fahrzeug begleicht nehmen die Penne unter Feuer. Begleitfahrzeug zerstört. So, warte mal kurz. So, weiter geht's. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß nur, ich weiß nicht, wohin. Ah, hierhin. Oder? Alter. Niemand darf überleben. Krass. Äh, nee. Wohin? Und jetzt? Achso. Einfach markieren. Achso. Achso. Das ist ja geil. Das ist mal eine ganze Menge Medikamente für Sie. Hm. Ja, doch. Wir fliegen schon, weil das schon ein bisschen weit entfernt ist. Komm rein. So. Rein da. Stromgenerator. Zerstören Sie den Stromgenerator. Ja. Es ist ganz praktisch, dass es jetzt regnet und Nacht ist und sowas. Hm. Alter, da rechts auf der Karte, ne? Hier. Da müssen wir, äh, Massenmörder werden, oder was? Ein bisschen kacke. Sonst würde ich eigentlich nicht, aber machen wir ja sonst immer. Drohne fliegt. Drohne fliegt. Scharfschütze. Scharfschütze. Da ist auch noch einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja komm. Achso. Ne. Hier. Hä? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Gut. Das war's. Gut. Dann sag mal guten Tag. Wieso stehst du draußen am Balkon? Das ist dumm. Oh. Ach deswegen. Ja. Der wollte es, äh, äh, wollte es ein bisschen spannender machen hier. Gut. Ich glaube wir müssen wieder, entschuldigung, ich äh, kratze mir gerade die Nase. Wir müssen ja wahrscheinlich... Da ist ein einsamer kleiner Soldat am Checkpoint. Ein einsamer kleiner Soldat. Ein einsamer... Komme ich von hinten rein? Das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut. Ich nehme mal die Pistole. Ich nehme mal die Pistole. Ein Checkpoint. Ich glaube von hinten komme ich nicht rein. Näch. Ich... Ich komme gleich. Bei so einem Wetter jemand scoutet und das klingt doch nichts, es sei denn der hat Wärmelkamera, Wärmebildkamera und dann das bringt uns ja dann auch nichts, ah hier kommen wir rein, gut Sehr schön, hier ist nichts los, na komm, das ist ja praktisch, da können wir wirklich ein bisschen stethier rumlaufen Ich habe Santa Blancas Goldversteck in Espirito Santo gefunden, da scheint ihre Haupteinnahmequelle zu sein Aha, das ist natürlich gut, das ist sehr gut Vielleicht sollte man denen mal eine Abrissbirne vorbeischicken Wow, das klingt ja sehr männlich Da kommt ein einsamer Bauch Ah, der ist wieder aufgestanden Die stehen immer alle wieder auf Blöd jetzt Ah, der fegt da hinten Oh oh Ja, der hat mich auf jeden Fall rennen gehört Manchmal sehen die einen total schnell und manchmal gar nicht Das ist ja komisch Scheiße, der weiß jetzt Bescheid Na dann Los, Feuer Alles klar Hier ist eine Waffenkiste Wieso sind die jetzt alarmiert Ich meine Wer hat Alarm geschlagen? Hä? Wo war dein Alarm? Und wer Es gibt Alarm, der Alarm ist hinüber Es wird keine Verstärkung kommen Wieso ist jetzt Alarm gekommen? Die haben alle getötet Granate fliegt Granate fliegt So, gut Vorsicht, da kommt jemand Granate Wir können so viele schicken wie ihr wollt Hier ist eine Munition Die schicken echt nochmal Gut Dann nochmal Munition auf Und dann Und dann nochmal Handgranate rein Die lernen das echt nicht Wir können Während die noch brauchen Können wir nochmal essen machen So Und jetzt Handgranate Granate Was soll der scheiß Entdeckung? Keine Ahnung Gut Dann muss ich mich mal wieder heilen Und währenddessen Schau ich hier noch Ähm Wo ist das? Da ist das Man sollte auch angreifen, Leute Bereit? Feuer, Feuer, Feuer Verstanden Weg da Ok, dann gehe ich ganz weg Oh nein, jetzt vom Helikopter Aber ich habe hier Munitionslager Und das geht nie alle Hehehehe Ein Helik, los runter Hehehehe Granate fliegt Boah, was soll ich tun denn das? Oder wir Ach, da sind sogar zwei schon Hubschrauber Auf den Boden Hubschrauber Auf den Boden Granate fliegt Verluste Verluste? Verluste? Bleib da Ich komme zu dir Bleib da Ich komme zu dir Runter, alle runter Heli Oh Wolltest du mich verbluten lassen? Ja, vielleicht Weiter kommt Viel dürften die eigentlich nicht mehr aushalten Heli 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 In den Staub Ich weiß wo ein Versorgungs-Heli steht Klauen wir ihn für die Rebellen Hubschrauber Und Hubschrauber 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 In Deckung An Brenn Heli Runter, runter Ich geh mal hier rein. Ich darf doch mal die Heli sein. Ich hab die Helis an, Junge. Hau da ab, schnell los. Ach, Mann. Der scheiße Patchy heizt hier ein. Runter. Das funktioniert gerade gar nicht. Der Patchy dreht auf. Runter. Heli. Runter. Runter. Der scheiße Patchy heizt hier ein. Runter. Ich fähle jetzt um ein Geschütz. Ein Heli los runter. Ich will das Geschütz. Schütze hier. So, jetzt zeig ich euch mal. Mach ich mal. Au. So macht man es auf jeden Fall nicht. Kommt die hier hoch? Ja, krass, die kommen hier hoch. Wo warst du so? Hä? So'n Scheiß. Gut. Danke fürs Zuschauen. Es hat... Ich... Ja, keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Haut rein und... Take care. Bye-bye. Bye-bye.